Guten Tag, Sie sehen ein Bild, das in meiner Bibliothek hängt und es heißt Republikaner in seiner Bibliothek. Es ist ungefähr 210 Jahre alt, also kurz nach den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen entstanden. Und so wie dieser Republikaner eine Bibliothek hatte, habe auch ich eine und möchte Ihnen jetzt ein Buch daraus vorstellen. Guten Tag, heute möchte ich Ihnen drei Bücher vorstellen, Erinnerungen, Autobiografien von Männern, jungen Männern, Kindern, die in Berlin gelebt haben, in der Nazi-Zeit und dann sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Diese drei Bücher sind aus meiner Sicht ideal geeignet oder sehr gut geeignet, die damalige Zeit zu verstehen und aus einer sehr persönlichen Perspektive zu verstehen. Als erstes Joachim Fest, ich nicht. Joachim Fest ist der langjährige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In diesem Buch beschreibt er seine Kindheit und Jugend in Berlin, auch seinen unangepassten preußisch-katholischen Vater, der nicht seine Meinung ändern wollte und sich nicht dem Regime anpassen wollte und dann in materiell sehr beengten Verhältnissen lebte, aber seine Kinder frei und stolz erzogen hat. Das half natürlich alles nicht fest, Jahrgang 1926 musste, wie alle, zum Militär, zur Wehrmacht, beschreibt über diese Zeit, auch über seine Flucht aus seinem Gefangenenlager in Frankreich. Es ist ein insgesamt sehr packender Bericht über Berlin zur Nazi-Zeit aus der Sicht eines jungen und später jungen Mannes. Ein zweites Buch mit dieser Perspektive ist Nikolaus Sombart, Jugend in Berlin. Das Buch hat auch vorgemacht, als es erschien Nikolaus Sombart, ist der Sohn des vielleicht berühmtesten Ökonomen des Kaiserreichs und der 20er Jahre, Werner Sombart. Er war bekannter als Max Weber damals, Werner Sombart, der Schöpfer des Begriffs Kapitalismus und Nikolaus Sombart ist der Sohn aus zweiter Ehe, der kam, als Werner schon 60 Jahre alt war. Nikolaus Sombart ist Jahrgang 1923 und kann daher aus seinen Jugenderinnerungen sehr viel über diese Zeit berichten. Er kommt aus Dahlem in Berlin, also einem Villen vor Ort, einem bürgerlichen Ort. Und er beschreibt sehr schön, wie das bürgerliche Leben eigentlich weiterging nach der Machtergreifung. Man verdrängte das, was da passierte, dass es da laut war, dass da Leute auf die Straße gingen, das waren die Arbeiter, das war woanders. Man hat das versucht, so lange wie möglich zu verdrängen. Sogar bis Ende 1944 gab es noch ein Theater in Berlin, auch mit hervorragenden Aufführungen. Man stand dann an, lange um Karten zu bekommen. Aber irgendwie hat man versucht, diese Fiktion des bürgerlichen Lebens so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, vielleicht auch die Augen zugemacht. Das ist aus der Perspektive eines Kindes, eines jungen Mannes daher natürlich subjektiv. Spannend finde ich eine Passage, wo er schreibt, und da muss er dann, ja, 23, also war das so 15, 16, war gerade die Kriegserklärung an Polen erfolgt. Und er schreibt, um einen letzten Eindruck von der Stimmung zu geben, die im Moment des Kriegsausbruchs in meinem Elternhaus herrschte, und von der ich meinen möchte, dass sie charakteristisch war für die Insel Grunewald und ihre Bewohner, will ich noch diese Geschichte erzählen. Am Tage des Kriegsausbruchs versammelte der Direktor Waldvogel natürlich die gesamte Schule. In der Aula hielt eine patriotische Rede, die mit Sieg-Heilrufen endete, in die wir alle einstimmen mussten, und dann gab es schulfrei. Das war natürlich wunderbar. Ich stürzte nach Hause und stürmte ganz gegen das Protokoll die Treppen hinauf bis unter das Dach und klopfte an die Tür des Arbeitszimmers meines Vaters. Herein. Da saß er an seinem Schreibtisch vor dem Fenster. Ich sah, wie so oft, die vertraut über das Manuskript geneigte Silhouette mit der großen Stirn, dem Zicker und dem Spitzbart. Es dauerte eine Weile, bis er sich mir zuwendete, was durch eine knarrende Bewegung des Lutherstuhls geschah, den er sich aus unerfindlichen Gründen zum Arbeitsplatz erkoren hatte. Wieso bist du nicht in der Schule? Aber Papa, Hitler hat Polen den Krieg erklärt. Die deutschen Armeen rücken seit Morgengrauen in Polen ein. Ich muss das mit einem gewissen Ton jugendlicher Begeisterung gesagt haben. Mein Vater nahm den Zwicker von der Nase, was immer ein Zeichen seiner Erregung war, und sah mich mit großen Augen an. Weißt du, was das bedeutet, mein Junge? Ich habe wohl geantwortet, wir werden siegen, so wie ich es eben aus dem Munde von Direktor Waldvogel gehört hatte. Der alte Herr schwieg lange, dann sagte er mit trockener Stimme, das ist Deutschlands Untergang. Da sieht man, dass dieser alte Mann, er war zu diesem Zeitpunkt schon knapp 80, das sehr genau gesehen hat. Und viele andere haben es damals gesehen, was passiert ist. Trotzdem hat diese schreckliche Tragödie ihren Lauf genommen. Und eigentlich, eigentlich hätte Deutschland untergehen sollen 1945, dass das Land sich nochmal so bekriegt hat. Und er solchen Aufschwung und Aufstieg genommen hat nach 1945, das ist ein kleines Wunder. Und im Moment sind wir dabei, dieses kleine Wunder zu verspielen. Und das schmerzt natürlich jemandem, der an diesem Land hängt. Als letztes Buch, auch aus dieser Zeit, von Günter Stensch oder Günter S. Stent, wie er sich nachher nannte, die Lebenserinnerungen nahm mit dem Titel Nazis, Women and Molecular Biology. Natürlich ein etwas schräger Titel, aber dazu sofort mehr. Günter Stent war ein ganz anerkannter Molekularbiologe, aber er war eben auch junger Berliner aus dieser Generation. Sein Geburtsjahr 1924. Und Stent, Stensch damals, große Innenstadtwohnung, war ein Jude. Und für mich sehr spannend, dieses Buch zu lesen, denn bis 1936 haben die bürgerlichen, die großbürgerlichen Juden, und alle diese drei Memoiren und Lebenserinnerungen kommen aus dem bürgerlich-großbürgerlichen Milieu, haben diese Jungs versucht, die Nazis zu imitieren und dazu zu gehören. Es gab also eine eigene HJ, weil sie nicht zur HJ durften, die hieß dann Schwarzes Fähnlein, wo genau dasselbe passierte mit Märschen, mit Führerprinzip. Also man hat die ersten zwei, drei Jahre wirklich versucht, sich zu assimilieren und das mitzumachen. Man wollte dazu gehören, hat dann spät gemerkt, wie ernst es dieses Regime mit seinen menschenverachtenden und antisemitischen Ausfällen meinte. Gunter Stent ist die Flucht gelungen über Belgien, spannendes Kapitel. Und dann erzählt er von seiner Ankunft in der Neuen Welt und auch, was dann alles passiert ist. Also Nikolaus Sombath, Joachim Fest, Gunter Stent, drei Memoiren von jungen Männern, 1923, 1926 und 1924 in Berlin geboren, alle aus dem Bürgertum, Großbürgertum, unbedingt zu empfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020